Hallo Leute und willkommen zurück zu Minecraft. Nach... Moment. Nach langer, langer Zeit nehme ich endlich mal wieder auf. Ich hatte nicht so viel Zeit, weil wegen privaten Gründen, meistens wegen der Schule, ja, hatte nachmittags keine Zeit. Tut mir leid, aber jetzt bin ich wieder aktiv und habe schon ein paar neue Mods drin. Also erstmal das Texture Pack hier. Das ist das Realismen... Wie heißt das? Warte mal... Ravant Realismus Texture Pack. Wollte ich mal probieren. Sieht eigentlich ganz gut aus. Dann habe ich noch Inventory Tweaks drin. Äh, da breche ich mich nicht. Ähm, das ist dafür da, zum Beispiel das Inventar zu ordnen, so. Ja. Und auch Kisten, zum Beispiel. So. Ja. Baunmier. Naja, man muss sich ans Texture Pack dran gewöhnen, aber... Hallo. Weg. Ich würde den Shader Mode auch reinmachen, allerdings... ...hat sich dann... ...durchgänglich 10 FPS. Und das ist zu wenig. Was ich noch drin habe, ist Optifine. Immer noch. Ist auch ganz gut, ja. Was habe ich denn noch drin? Ähm... Nimm, 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 nimm. Race Minimap. Modloader, ja, sonst nichts. Für Mod-Tipps, oder was ich mir reinmachen soll, was nicht so viel FPS zieht, könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Und da ist noch ein Creeper. Das ist ein Eisenschwerd, okay. Boah, was war das denn? Zum Leicht. Okay, ähm... Was mache ich denn heute? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich mache mal die Minecraft-Musik an, dann ist es nicht ganz so langweilig. Ich überlege, was ich machen kann. Also... Das Haus zu Ende bauen, dafür brauche ich Glas. Haben wir... ...Sand irgendwo? Nein. Erstmal was essen hier. Dann würde ich hier noch das Rohr reinschmeißen. Das da rein... ...Craftentier überhaupt... Ach. Ich tue erstmal alles rein. So, was kann ich jetzt... Warte, was kann ich jetzt gebrauchen? Schwert. Spitzhackel. Spitzhackel. Und die fast kaputt ist. Eine Schaufel ist wichtig. Mach ich mir gleich noch eine. Wo sind... Zwei. Ja, da nehm ich immer mit... Fackeln auch, aber das sind zu wenig. Ähm, nimm 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 nimm. Sieh? Nö. Ich bräuchte noch... Ich wähle Sandforn. Da brauche ich eigentlich nur schaufeln. dieses Komalistik aussehen mit Blättern das ist es nicht das gleiche hier noch ein davon da geh ich mal pennen brauchte noch mal Fackeln und ähm Moment hier Steak hab ich brauch noch bisschen Kohle so jetzt Sandfarm will ich nicht hier machen ist mir zu nah am Haus das mache ich woanders aber wo gibt's in der Wüste das gleiche wo ich mitnehmen weil das juckt mich nicht okay Scheiße habt ihr es gesehen? da war mal was sein Kopf da so so ungefähr nur in grün das hier ist irgendwie doof mit der Schlucht also nicht mal ne Schlucht aber komischem Loch hier und wieso ist das fahren muss das so hin durch den Sand ich brauch Sand die meisten denken dann immer dass ich den von krong kenne oder so nein das stimmt nicht ich kenne ihn von einem anderen player der nennt sich shuffle lp der ist ganz gut ich gucke den gerne ja ist im moment sogar mein lieblings let's player und da ich ihn jetzt genannt habe muss ich in die beschreibung packen aber egal mache ich doch gerne für ihn ich finde der macht echt nice let's place auch wenn er bis jetzt nur minecraft macht aber ich bin ja auch nicht anders doch mw3 wollte ich keine let's plays aber commentaries machen also zum beispiel wenn ich eine moe b machen oder zum beispiel bei server im server im app oder auch mal beinahe es funktioniert dass der mod ist gerade das erste mal dass ich mit dem mod zocke inventory tweaks weil noch eine eigenschaft von ihm ist nämlich das wäre so schaufel kaputt geht direkt die nächste in den gleichen slot gepackt wird müsste darauf achten guck mal die pack ich jetzt hier rein so wenn die jetzt gleich kaputt ist seht ihr das das ist ganz gut finde ich oder auch bei schwertern zum beispiel wenn man im kampf ist mit so mitten im kampf und dann geht das schwert kaputt denkt man sich scheiße aber man hat vorher noch eins eingepackt dann hier kann ich weiter fighten ohne pause also ohne hier so ich bin grad richtig kugela und wir nehmen gleich noch ein neues together auf weil unsere unser altes das ich weiß nicht ob es weitergeführt wird wenn ja mal gucken ihr werdet sehen wenn ihr es verfolgt aber das wird erst nächste woche wahrscheinlich kommen nur das was wir gleich aufnehmen das kommt vielleicht auch schon jetzt wo das hier oben ist werdet ihr sehen ihr müsst mal angucken das ist das wird nice glaube ich hoffe ich auch mit dem gleichen net artist kollege bro achja und das ist schon mal ein aufruf ich werde noch mehrere videos dazu machen aber ich werde wahrscheinlich einen neuen kanal machen ich weiß noch nicht ob ich es mache oder aber wahrscheinlich schon für namen zum kanal wer jetzt fleißiger abonnent ist wenn ich überhaupt welche habe ihr könnt mal ruhig einen namen für neuen kanal hinschreiben in kommentare weil ich weiß noch nicht so wirklich ein vielleicht reflex youtube also reflex yt reflex ist nämlich mein im game name oder auch druggie droge ich ha 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 ja was ist denn so mein im game zocker name früher war es mal ijump ich sprung aber ja mal gucken so hier drauf und abfahren die hier ok also namen für youtube channel könnt ihr in kommentare packen wenn ihr wollt aber auch ernst gemeint und jetzt nicht so du bist ein schlechter lesplayer lp oder so du stinkst nach fisch oder deine witze sind so flach wie die titten deiner mutter sowas brauche ich nicht ich meine schon richtige namen gute ich weiß es nicht reflex.de oder auf jeden Fall werden da nicht nur let's plays kommen sondern auch kommentaries tutorials vielleicht mach ich aber auch diesen weiter ich muss mal gucken ich weiß es noch nicht das dumme ist jetzt ach da hinten ich hätte schon wieder nicht zurückgefunden glaube ich ach da unten hallo hallo haus was noch nicht wie ein haus aussieht ich brauche ich brauche mehr öfen das ist jetzt irgendwie ärgerlich ich brauche noch drei öfen und zwei das heißt ich brauche steinen stein 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 ja komm das war wieder so gut mitgedacht von mir ja haben wir hier vielleicht noch eine Spitzhacke ich nehme mal die Holz und die Eisen und dann sortiere ich das mal wieder da könnt ihr jetzt drauf achten so dauert jetzt länger mit der Holzspitzhacke aber ich will ja sparsam sein ich will jetzt keine neue direkt machen oder die wegschmeißen ich benutze die jetzt bringt immerhin auch steine bringt immerhin auch steine zwischendurch was essen ach ja form action moment ihr wisst ja was das heißt wenn ich es finde wenn ich es finde moment wo ist es denn ach da ach da ach da ach da ach da ach da ach so Sie ach So... Oh... wir Farben steile das ist ein bisschen zu langsam gewesen so ich will auch nicht einschlafen bei Minecraft sondern schon ein bisschen Action Action Kürtel Kürtel Partie Partie ich mach Partie es ist ein auch das geht mit auch so es geht mit dem Ganzen zu unterschiedlich sind das ist ja auch schön zu wissen Moment dann zeige ich es euch jetzt hier guckt zu und lernt wenn diese Schaufel jetzt gleich weg ist dann seht ihr dass direkt die neue eingesetzt wird guckt unten in der Leiste guckt hin da habt ihr gesehen ohne Cut naja die meisten kennen den Mod eh schon wenn ich schon jetzt dort hab dann kann ich auch mal hier so hinbrettern ach da schon wieder was mach ich denn schau 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 schau